Was spiel ich da nochmal genau? Das weiß man nicht. Es ist jetzt schon Aufnahme mit 20, gleich. Scheiße, ja gut, okay. Hätte ich nicht gedacht. Okay, los geht's. Das klingt viel besser, jetzt mache ich es mal die ganze Zeit so. Aber eigentlich war der Plan ja, dass du eine Steigerung machst. Das heißt, der erste bleibt nackt. Der was? Der erste bleibt alleine, so wie du ihn zuerst eingespielt hast. Jetzt hast du ja von Anfang an alles doppelt gespielt. Das heißt, du hast das gleiche Problem. Du hast jetzt einen besseren Sound, aber du hast immer noch keine Steigerung. Ach, du meinst erst beim zweiten oder dritten Mal? Also beim dritten Mal, wenn die Band anfängt. Beim dritten Mal. Oder du machst dann halt noch Autor drunter und dann hast du drei Gitarren. Und dann viel Spaß. Das ist das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020